So meine sehr verehrten Damen und Herren, an einem Freitagmorgen rechtzeitig in der frühe Dauwbock, da prüfe ich seine Alpengoldharmonik aus und spiele euch ein schönes Liedchen dazu. Misse Mamoradi, wir sind gute Freunde. Auf geht's! Misse Mamoradi Misse Mamoradi Misse Mamoradi Jawohl, in der frühe schon schwitzen? Das war's. Bitte, schönen Tag.